Eher positive Akzente gibt es in der europäischen Wirtschaft, eher enttäuschende in der US-Wirtschaft. Gibt es da derzeit so etwas wie einen Stimmungs- und Lagewechsel? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Chefvolkswirt der Netfond AG, mit Volker Hellmeier. Schönen guten Tag, Herr Hellmeier. Hallo, Herr Kerscher. Hellmeier, bevor wir uns jetzt mal so die Stimmung anschauen, vielleicht einmal ein Blick auf die aktuellen Ereignisse. Derzeit ist ja der chinesische Präsident Xi in Europa begonnen, hat er in Paris mit seinen Besuch. Interessant ist vor allem, wo er nicht Stationen macht, nämlich in Berlin. Was gesagt das denn eigentlich für die deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen? Ich möchte erst mal sagen, grundsätzlich freue ich mich, dass wir auf der Landkarte als Europa in China noch wahrgenommen werden. Insofern ist dieser erste Besuch seit fünf Jahren in Europa von hoher Bedeutung. Wenn aber gleichzeitig die wichtigste Wirtschaftsnation der Europäischen Union, und das ist Deutschland, nicht besucht wird, dann zeigt das schon, dass die Wertschätzung, die man in Peking gegenüber Deutschland, gegenüber der deutschen Politik, nicht gegenüber Deutschland, gegenüber der deutschen Politik hat, nicht sehr ausgeprägt ist. Und das darf nicht verwundern, nach den Affronts, die sich die Leiterin des deutschen Ausnahms in Peking geleistet hat. Wie gesagt, da darf das nicht verwundern. Ich gehe fest davon aus, dass trotzdem die Wirtschaftsbeziehungen, wenn es um Unternehmen geht, zwischen China und Deutschland, ausgeprägt bleiben. Aber im Bereich der Politik gibt es im Moment Verwerfungen, die sicherlich damit einhergehen, dass man in China den Ansatz der deutschen Außenpolitik als ein Eingriff in die Innenpolitik in einer Form wahrnimmt, wie von keinem anderen europäischen Land. Sehen Sie das denn quasi für die gesamte Bundesregierung so oder differenzieren Sie da? Ich differenziere ein Stück weit. Ein Herr Scholz war jetzt ja vor kurzem in China, aber das war kein großer Erfolg, denn am Ende hat er die Richtlinienkompetenz. Und wenn er eben zulässt, dass das Ausland so besetzt ist, wie es besetzt ist, dann sagt das auch etwas über seine Positionierung aus. Und genauso wird das unter professionellen Gesichtspunkten in Beijing wahrgenommen. Wieder zurück zu den guten Nachrichten, Herr Elmeyer, also dass der chinesische Präsident überhaupt in Europa ist. Schauen wir doch mal auf die derzeitigen Wirtschaftsdaten aus Europa. So sehen Sie da derzeit eher positive Akzente. Wo denn eigentlich genau und welche Bedeutung hat das? Was wir sehen, ist, dass die Stimmungsindikatoren sich aufhellen. Nun muss man immer sagen, Stimmungsindikatoren sind relative Größen, aber es gibt auch faktische Größen, die verbessert sind, wenn wir die BIP-Prognosen für das erste Quartal einmal zur Grundlage erheben, sind sie alle durchgehend besser ausgefallen, als man erwartet hat. Und das ist positiv, keine Frage. Das heißt, die gesamtwirtschaftliche Tätigkeit gewinnt etwas an Dynamik. Wir haben in der Eurozone wieder ein positives Wachstum in Deutschland. In der Eurozone 0,3 Prozent, wir haben es vielleicht Deutschland minus 0,2. Das heißt, Deutschland bleibt hier ein Stück weit der Belastungsfaktor innerhalb der Eurozone. Wir sehen aber auch bei den Dimmungsindikatoren, dass es aufwärts geht. Und da haben wir eine Disparität. Wir sehen der Dienstleistungssektor, der den größten Teil der Ökonomie ausmacht, in westlichen Nationen. Der Dienstleistungssektor läuft deutlich besser. Dort haben wir klares Wachstum. Das produzieren der Gewerbe nicht, aber auch dort sehen wir Stabilisierungseffekte. Das ist alles erst einmal positiv. Ich freue mich über jedes positive Datum, was wir aus Europa bekommen. Aber es ist eben bei weitem noch nicht ausreichend, um mit dem Tempo, mit dem die Weltwirtschaft wächst, auch nur ansatzweise mitzuhalten. Das heißt, trotz der verbesserten Lage fällt Europa in den Anteilen zurück. Dazu gibt es jetzt übrigens auch eine interessante Umfrage vom IFO-Institut und dem Schweizer IWP-Institut über einen längeren Zeitraum. China hat seinen Anteil im Warenaustausch mit dem globalen Süden innerhalb von 14 Jahren von 12 auf 20 Prozent erhöht. Die USA konnten den Anteil von ca. 18 Prozent im Warenaustausch mit dem globalen Süden halten. Und die Europäische Union ist von 17 auf 14 Prozent zurückgefallen. Wir müssen diese Daten einfach mal sehen. Und das hat dann auch was mit dem Staatsbesuch wieder implizit zu tun. Dass Europa immer mehr an den Rand der Weltwirtschaft gerät. Und das hat auch mit diskretionierer Politik zu tun, mit Einmischungspolitik in dritte Länder. Und diese Abwendung von der pragmatischen Außenpolitik, die es bis 2010, 2012 gab, hin zu der moralinduzierten Politik, hat einen Preis. Aber Herr Helmer, es ist ja auch interessant, dass es derzeit eher enttäuschende Wirtschaftsdaten aus den USA gibt. Wo wir eigentlich sonst immer eher die eher guten Nachrichten gewöhnt waren. Wie erklären Sie sich das? Ich erkläre es mir damit, dass natürlich die Zinserhöhungen, die in den USA sehr aggressiv waren, und die Zinssensibilität ist offensichtlich in den USA doch ausgeprägt. Zinserhöhungen wirken ja auch erst vollständig mit zwölfmonatiger Verzögerung. Dass diese Bremsspuren, die durch die Zinserhöhungen eingezogen sind, eben jetzt ihre Wirkung entfalten. Aber wir reden hier nach wie vor, wenn wir mal schauen, Wachstum 1,6 Prozent aufs Jahr hochgerechnet im ersten Quartal. Weniger als erwartet, 2,4 Prozent. Dann ist das immer noch eine recht komode Situation im Vergleich zu dem, was hier die Eurozone anbietet. Aber in der Tat, die Konjunkturdaten, die wir bekommen, sind schwach. Wir haben jetzt Einkaufsmanager in die CS bekommen, aus Chicago zum Beispiel. Mit 37,950 ist neutral. Man hat einen Anstieg erwartet. Es kam zu einem Einbruch. Wir sehen beim Verbrauchervertrauen vom Conference Board, der Index, einen Einbruch von 104 auf 97 Punkte. Zuletzt auch bei dem Verbrauchervertrauen nach nächster Art der Universität Michigan. Schwächer, es geht nach unten. Dann nehmen wir mal den Index des Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen. Und das sind tragende Säulen in Amerika, ähnlich wie bei uns der Mittelstand. Dort nicht Großteil der Beschäftigung. Der Index ist auf den tiefsten Stand seit 2012 gefallen. Wir sehen bei den Einkaufsmanager-Indizes, wenn wir die ISM vom Institute of Supply Management die Indizes nehmen, implizieren sie jetzt selbst für den Dienstleistungssektor mit unter 50 Punkten Kontraktion für den aktuellen Kriegsmonat. Das wollen wir noch nicht zu hoch hängen. Aber eben auch für den Sektor des verarbeitenden Gewerbes. Wir sehen eine rückläufige Dynamik. Ich bringe es in einen Kontext mit den finalen Wirkungen der Zinserhöhungen. Das ist, glaube ich, ein Aspekt. Aber damit haben wir natürlich zwischen Europa und den USA einen gewissen Aufholeffekt Europas, weil wir etwas besser werden und die USA verlieren etwas an Dynamik. Ich freue mich im Grunde genommen über eine gewisse Homogenisierung der Prozesse. Ich freue mich nicht notwendigerweise über schwache US-Daten. Aber wir müssen auch sehen, es gibt einen Kontext, dass eben die US-Wirtschaft, und das ist hier klare nochmal mit der Zinssensibilität, sehr viel stärker kreditabhängig ist. Wir haben die Konsumkredite auf den höchsten Niveaus in der Geschichte. Und dann sind diese hohen Zinsniveaus nachher Bremsen für den Einzelhandel. Aber sie sind auch Bremsen für die Industrie, auch bei den Unternehmen, die höchste Unternehmensverschuldung jemals gemessen worden ist, aktuell vom Niveau her. Herr Helmer, vor dem Hintergrund der US-Präsidentschaftswahlen im November, wem spielen denn da eigentlich diese eher schwachen Wirtschaftsdaten aus den USA in die Hände? Also ich sehe hier eine Konfluenz von politischer und ökonomischer Entwicklung und Zentralbankentwicklung. Wenn wir uns mal anschauen, wir haben schwächere Konjunkturdaten. Das spricht also dann doch vielleicht für meine Prognose drei Zinssenkungen, der Markt nicht bei eins bis zwei in diesem Jahr. Und ich sehe dort schon eine gewisse Beeinflussung hin Richtung Präsidentschaftswahlen. Man möchte Richtung Präsidentschaftswahlen ein positives Wirtschaftsumfeld haben mit Zinssenkungen. Und die Zinssenkungen müssen dann so terminiert werden, dass sie im Grunde genommen ab September in diese Periode hineinlaufen. Und das schafft dann grundsätzlich auch mit Zinssenkungen ein positives Umfeld für die Aktienmärkte. Es gibt also auch Psychologie, was Wirtschaft anbetrifft, was Zinsen anbetrifft, was Aktivität einer Regierung anbetrifft. Und dazu passend hat jetzt in der letzten Woche die US-Regierung beschlossen, russische Banken, die sanktioniert sind, von Sanktionen freizustellen für den Handel mit fossilen Brennstoffträgern. Und das ist interessant, diese Freistellung geht genau bis zum 1. November, genau bis vor der Wahl. Man will damit den Ölpreis runterbringen, damit nimmt man Druck aus der Preisentwicklung heraus. Und die Wirkung ist schon da. Wir haben seit der Ankündigung oder seit diesem Beschluss einen Ölpreisverfeil, wenn wir einen Brennpreis, der Nordseeöl, in meiner Grundlage nehmen, von 88 auf 83 Dollar. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir vor diesem Hintergrund in größter Ordnung von 75 bis 80 Dollar feilen können, jetzt im Laufe der nächsten Monate, ist durchaus als hoch anzusehen. Und dann schaffen wir plötzlich die Konfluenz, Energiepreise runter, damit auch der Impact von den Energiepreisen auf die Verbraucherpreise. Wir sehen das Ganze korreliert, oder ich sehe das Ganze korreliert, damit Zinssenkung ab September etwas mehr als erwartet. Positives Umfeld für die Aktienmärkte. Und dann gibt es eigentlich für die laufende Regierung Rückenwind aus Sichtweise des gesamten ökonomischen Kontextes. Und wie sagte Bill Clinton nochmal, als er gewählt worden ist, mach jetzt die Economy stupid, ist die Wirtschaft dumm. Ja, die Wirtschaft spielt eine große Rolle in der Wahrnehmung für Wahlpräferenz. Sehr spannend, wie sich die Wirtschaftspfade in den USA und in Europa gerade etwas annähern. Vielen Dank an dieser Stelle. Das war Volker Hellmeier, der Chefvolkswirt der NITFON AG. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Hellmeier. Gerne, Herr Karscher. Gerne, Herr Karscher. Gerne, Herr Karscher. Gerne, Herr Karscher.